Hey Leute! Mal wieder ein Video, wo man mich sehen kann, denn ich habe ein paar Neuigkeiten und ein paar Fragen an euch. Erstmal Entschuldigung, dass ich ein bisschen außer Atem bin und ich mich komisch anhöre. Es liegt daran, dass ich mal wieder ein bisschen krank bin, ein bisschen erkältet, ich habe Halsschmerzen, also deswegen kamen auch keine Videos und weil ich nicht so viel Lust hatte, ich hatte geplant, nach 35 mm mal wieder ein Pokémon Spiel aufzunehmen, dann zu Let's Playen. Ich habe mich dann für Pokémon Schwarz oder Weiß 2 entschieden. Welchen Teil genau weiß ich auch noch nicht, aber weil ich auch nicht weiß, welche Starter ich nehmen soll, habe ich gedacht, ich lasse euch entscheiden und in der Beschreibung ist ein Link zu einer Seite, wo ihr für euer Lieblingsstarter oder den Starter entscheiden könnt, den ich dann wählen soll. Ja, das auf jeden Fall in der Beschreibung und dann habe ich noch überlegt, ob ich dem Pokémon dann einen Spitznamen geben soll, ob ich die mal wieder nach meinen Abonnenten benennen sollte. Das hatten wir ja beide schon mal. Bei dem einen Let's Play bei Platin, glaube ich, hatte ich die ganz komisch genannt, Sorbitan und Blistex. Blistex ist übrigens so Lippenbalsam und dann so ein Feieraffen, der auch mal Blistex heißt. War das so? Ich glaube schon. Ähm, da gibt es auch einen Link in der Beschreibung. Könnt ihr mal voten, ob die gar keine Spitznamen haben sollen, meine Spitznamen, die ich dann da finde, die Glitzer fehlt wieder Dave oder ob ich dann einfach eure Namen nehmen sollte. Falls ihr wollt, dass ich eure Namen nehme für die Pokémon, bräuchte ich halt schon für den Starter einen guten Namen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schon mal schreiben, ob ihr vielleicht der Starter Pokémon sein wollt oder so. Ansonsten könnt ihr in jedem Part einmal in die Kommentare schreiben, was für ein Pokémon ihr sein wollt oder ob ihr überhaupt ein Pokémon sein wollt. Dann gucke ich mal, wie ich das irgendwie hinkriege. Ähm, achso, ich habe schon wieder was vergessen. Und zwar könnt ihr auch gerne entscheiden, ob ich Pokémon Weiß oder Schwarz 2 dann spielen soll. Das heißt, es gibt dann drei Links da unten und dann könnt ihr bei jedem mal wählen, einmal, äh, das Starter Pokémon, dann den Spitznamen und ob Weiß oder Schwarz. Ja, wie gesagt, kommt erst nach 35 Millimeter, das muss ich ja auch erst noch durchspielen. Und wenn es mir wieder richtig gut geht, dann werde ich auch weiter aufnehmen. Ich muss übrigens das ganze Stück nochmal weiter aufnehmen, wo ich dann aufgehört hatte. Ähm, ich habe gerade den Sinn nicht verstanden, aber ist ja egal. Es ist übrigens sehr warm und wir gehen gleich am Fluss mit den Hunden und werden dort schwimmen. Tschüss. 66. schwarz